Von einem 6 Kilo Triebwerk, 180 kmh ist er schnell, 12,5 mAh, 50,10, kann man die Akkus belasten, wird er auch, vertrauen Sie mir. 3D-Extrem-Aromatik-Serie-Konstrukt. Seht ihr nun mit einem flyberndes Mikado und er fliegt nach Musik, genießen Sie sein Schlachtklatschen. 3D-Extrem-Aromatik 4D-Extrem-Aromatik-Serie-Konstrukt. 5D-Extrem-Aromatik-Serie-Konstrukt. Die Beste sollte euch sein, ja. Das ist eine Rassenmähn hier. Jaaa, das haben wir heute schon einmal gesehen, gell? Jaaa, das haben wir heute gebraucht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist ein Landeanflug. So, stellen wir uns das vor. Applaus und Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare fünfte Modellflugmesse, Jubiläumsmesse in Wels. Meine Damen und Herren, der nächste Minute, Gerhard Ruckmann, Dreifacher, ich lebe die Wildenheit.